hallo und willkommen zurück 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 danke danke und zu dir nette frier ja nehmen wir sind bei die wischen mit schnee und so und große stadt wenn wir alles gerade 200 meter weg haben die keine habe getötet oder so diese ist auch diese dinger da ach egal was soll verteidigen mir kommen sie jetzt habe ich das umgelegt jetzt habe ich es immer falsch das was ein treffender gegner das kann man hier durch zäune schießen genau den her von mir er ist da von mir keine ahnung wo denn wir müssen zum nächsten schnell und da Wann ist der Rot? Weiß ich nicht. Oh, Aua, Aua, Aua. Uh, da kommt er nicht versteckt. Unter dem. Unter dem was? Unter dem Muni. Achso. So, das war's schon. Blauer Rucksack. Hier ist noch eine Kampfmission. Blaues Dreieck. Dass du das immer nicht siehst. Manchmal siehst du es, dann siehst du es wieder nicht. Wett. Aha. Neue Waffe. Aha. Wo? Oh, da. Ich bete für Sie. Schau mal, hier war eine Kiste. Ah, hier. Voll. Irgendwas, was voll ist. Ja, hab ich auch. Oh, hier sind Christbaukugeln. Voll die Riesendinger. So eine Kugel? Ja, aber man kann durch und durchschießen. Hey, wie es geschmückt ist hier. Kann man die auch abschießen? Ne, geht nicht. Was ist der Moment. Ja. Was ne Scheiße! Ja. Wenn man so viel zerstören muss. Jo. Äh. Bad Boys, Bad Boys. Ja, helfen wir denen, weil wir es hier links sind. Da war es dann ja wo die Bad Boys sind. Den hier links irgendwo. Oh, die Waffen ist gut, die verziften muss er. Jetzt läuft er mir ständig. Du läufst mir ständig vor die Blinde. Andere Seite. Was? Äh. Äh? Hier in einem gelben Haus irgendwas. Davon. Kann man auch die eigenen Leute abschieben? Boxes Haus probieren? Nee. Abgeschlossen. Vielleicht haben wir ein bisschen Moni-Lotei. Wir wissen, ihre Hilfe zu schätzen. Monst. Ne, Ortbrandbeschoss. Ich habe eigentlich noch relativ... Oh, das reicht noch. Ja, hier in einem gelben Haus ist irgendwas drin, was Rotes. Ja, das ist, äh, kontaminiert. Komm, Schnauze. Echo aktivieren. Stoll. Siehst du das auch? Ja. Link, komm und so los, ja. Klinge Stühle. Ja. Und jetzt. Man nimmt jede Zone, ach so, da kann man gar nicht rein in den Berichter. Ich wähle nochmal eine Mission. Neben Einsatz. Äh. Agent, hast du Zeit? Wir haben nämlich ein Problem. Neben uns. Links neben uns. Und ich wette, du kannst mit Antennen umgehen. Wollte einem Verstand und deiner Ausbildung? Tust du mir den Gefallen? Mit Antennen? Mit Antennen? Ich komm mal jetzt da rauf. Ah, hier. Ich brauche ein LKW. Beinde. Beinde. Oh, jetzt wollte ich sie gerade mit meinem Dings hier markieren. Okay. Ach, hier. Push the button. Oh. Ich glaube, wir müssen schnell sein. Keine Ahnung, was. Ich sag zumal, wir dann nehmen. Nee, Fui, oh. Ach so, also, ich bezeichnen kannst am Ende. Ja, mehr habe ich auch nicht. Okay. Aber da läuft auf jeden Fall eine Zeit ab. Äh, Sackers? Oder was? Oder wie? Toll. Vielleicht auch ein Künstler raus. Ah ja. Schnell, schnell. Ja. Ja, schaut zu den Treppen zum Treppen. Der Volltipp. Beinde. Kaputt. Ah, da ist noch einer. Da ist noch. So, jetzt kaputt. Was ist das? Damit. Was ist die Antenne? Ui, das war Knoppto. Du hast alles repariert. Ich wünschte, Benni wäre auch so geschickt. Ich habe neue Handschuhe. Der Benni. Neue Handschuhe. Ah, die haben sie bei mir auch gesagt. Äh, hier ist noch ein Kampf. Und? Und der. Und, Opfer? Echt? Das ist auch schlecht. Kaum. Eben hat er sich weiter entfernt. Aber hier ist was für mich. Schau. Irgendwas habe ich aufgenommen. Hm, gerade. Na was? Gerade. Oh, das sind Feinde. Äh, äh. Warte, ich werfe mal so ein Tränen-Gas-Ding. Boah, fallen sie auch um oder was? Ich brauche mal so ein Tränen-Gas-Ding. Ich brauche nur noch mehr. Mann, bewegt's euch doch nicht. Ihr werdet viel leichter zu töten. Aber echt, hey. Geht auch schneller. Da fehlt ein grösserer Zoom bei der Waffe. Ah. Ein Rotpunkt kann ich ausrüsten beim Sniper. An alle Einheiten bei Pan Plaza. Mehrere zivile Geiseln bei Rose in der 26. West. Seien Sie vorsichtig. Müsst du doch was gewesen sein? Wann waren nämlich nur zwei eigentlich? Richtig hier drin. Na, der ist uns. Schlüssel. Was tut denn? Da hinten ist was. Ach da. Nicht diese Seite. Andere Seite. Ui. Komm, geh weg. Auf, halt zu. Das bleibt gewendet, Agent. Danke. Ah, da ist gar nichts drin. Neue Waffe bekommen. Äußerst beeindruckt. Ange. So, was haben wir hier noch? Telefonaufzeichnung. Kampf. Hier ist noch einer. Geradeaus. Geradeaus tue ich. Eigentlich. Guck mal, der Baum leuchtet. Töne. 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 Habe ich gesehen, das ist doch die Gew proportionen. Ja. Da drin sind doch welche. fahren welche das tut aber da kann was aufnehmen das treffen war vor 20 minuten warum die verspätung tut mir leid ich hatte probleme und muss da einen umweg machen und was hast du mitgebracht ich hab nicht anfangs wieder da ich komme ich komme zu spät oh wow oh 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 ok granade nicht mehr apple store nachgemachter ja hier guck doch mal wie er aufgebaut ist im Moment, muss man größer plündern ach G36 hast du diese apple store? ach so ja nachgemachter so was sagt es in den da boah also scheiße eine Waffe G36 ist schlecht ah jetzt hab ich gerade einen Haufen Elektroteile sind hier noch ist das direkt vor uns ach so das ist da drin was auch immer man da machen kann in dem store ah falsch ah hier kann man Schrott holen in dem store irgendwas braucht man anscheinend elektronik hast du schon geholt gut ja gibt's kisten 25 prozent auf alles hippie wo den appendys hier so 50 zoll 3d full hd fernseher verkauft 3d wer kauft denn doch noch 80 zollen ist eher der Witz vor allem 3d kauft doch keiner mehr weiß ich kann oder naa na gut das war's mit dieser lünderfolge lünderfolge und Geschäftsauflösung bis zum nächsten Wiederschauen will reingehauen